So, hallo. Hallo Lukas, schön, dass du Zeit hast. Gerne, gerne. Soll ich dich Lukas nennen oder Poldi? Nee, egal, wie du möchtest. Du heißt ja Poldi, weil es damals irgendwie drei Lukase gab und man deswegen deinen Nachnamen bekürzt hat und Poldi auswählen hat. Genau, war eine D-Jugend, wir hatten drei Lukase in der Mannschaft und da das für den Trainer und für die Mitspieler eigentlich blöd war, haben wir mich halt Poldi genannt. Ich habe noch eine Witter in dich, du warst ja fleißig am Autogramm beschreiben. Wir haben auch eine FCB-TV-Aktion gehabt mit Gewinnern, aber bevor du loslegst, ich habe Gewinnernamen. Also das ist einmal für Johannes. So, dann haben wir hier einmal für Jan. Das ist einmal hier für das Restaurant Insider. Für Robin. Für Olga auf Polnisch. Dann für Eva mit D. Und Carolina mit C. Dann auch für Michaela. So, vielen Dank, den ersten Schritt hast du schon geschafft. Jetzt würde ich dich da rüber, ins Eck. Ah, ist ja die richtige Seite direkt offen. Ja, ist ja die richtige Seite, genau. Wir wollten mal ein bisschen surfen, weil du bist ja auch ein begeisterter Playstation-Zucker, oder? Ja, schon, wenn ich Zeit habe.